Es muss was von Klasik sein. Dieses Zeichen kennt man doch hier. Scream. Mini Scream Rocket. Mit 5 Gramm. Da steht es. 5 Gramm Nem. Von Klasik. Ui. Bitte hören Sie doch auf. Was soll das? Na gut, mach mal an. Ich guck mal mit. Mach mal jetzt eh ne. Ja bitte genau. Sehr gut. Na ja, machen wir noch eine. Ich habe da was flimmern sehen tatsächlich. Ja, das ist ja ein bisschen nützvoll. Oh. Schön. Hast du nichts zu wenigstens gesagt? Ne. Also. Hast du mit dem Ding so viel angezündet? Und die gehen noch gut? Ja. Probi doch mal. ist echt vier stück machen wenn schon dann schon okay es geht so in die hose ich würde mich als testopfer bereitstellen sehr laut schön aber laut ja